Sie sind hier, 6. September 2018, 15.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Kallen Hinz ist nicht länger Spieler des VfL Wolfsburg, Urheberrecht, Getty Image, Skylin Hinz ist nicht mehr Spieler des VfL Wolfsburg. Der 20-jährige Engländer erschien wochenlang nicht zum Training. Dafür erhält er nun die Quittung. Der VfL Wolfsburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Offensivspieler-Kallen Hinz getrennt. Der 20 Jahre alte Engländer war wochenlang unerlaubt vom Training ferngeblieben und erhielt nun eine außerordentliche Kündigung seines bis 2020 gültigen Vertrags. Zuvor war Hinz bereits mit einer Geldstrafe und einer Abmahnung belegt worden. Anzeige, jetzt das neue Trikot VfL Wolfsburg kaufen und mit dem Code BULI18 18% sparen, hier geht es zum Shop, er ist seinen vertraglichen Pflichten trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachgekommen. Ein solches Verhalten tolerieren wir nicht, sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmatke. Hinz war im vergangenen Jahr vom FC Arsenal nach Wolfsburg gekommen. Für die Wölfe absolvierte er ein Bundesligaspiel sowie eine Partie im DFB-Pokal. Von Sportinformationsdienst